Ja, jetzt bin ich hier an so einem Platz, blende ich ein, schon echt historisch hier so. Ich werde jetzt mal zu so einer Information geben, da kann man so ein Ticket ziehen, beziehungsweise kriegt so ein Tagesticket, dann kann man alle Fahrten mit allen möglichen Sachen kann man fahren. Muss ich jetzt mal schauen, ob ich das finde. Und dann werde ich mal so ein Teil fahren. Mein Akku ist aber bald wieder, ich habe keinen dabei. Ich hoffe, das wird noch. Okay, wenn es das wird, dann seht ihr das ja auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben hier noch so ein Kokosnusswasser geholt. Das schmeckt ganz geil. Besser wie in Deutschland, finde ich sogar. Und jetzt laufe ich zur Tramp. Mal schauen, wie das wird. Ich glaube, die Aufnahmen werden ganz gut. Lasst euch überraschen. So, wie man sieht, bin ich jetzt in der Tramp. Und wir wollen mal schauen, wo er uns hinfährt. Ist mal ganz cool. Ich werde es jetzt mal aufnehmen für euch. Halt rein. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich glaube, heute war doch ein bisschen viel Stoff dabei. Ja, cool, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, bleibt euch treu. Und wir hören uns morgen. Und wir hören uns morgen mit was Neuem. Natürlich. Natürlich. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.